Musik Eine Seerose blüht auf, jeden Morgen aufs Neue. Klarheit und Strahlkraft der Seerosenblüten sind unübertroffen. Offiziell gibt es etwa 300 verschiedene Sorten, etwa 250 davon gibt es derzeit im Park von Naturagard. Am Ufer ist es ähnlich bunt, auch da gibt es eine ganz besondere Vielfalt. Warum ein solches Seeufer so nährstoffreich ist und ein solches Pflanzenwachstum ermöglicht, kann man leicht nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, dass alles, was auf die Wasseroberfläche fällt, zum Ufer getrieben wird. Der Wind schiebt den ganzen Blütenstaub, die Blätter, eine tote Fliege, alles das, bläst der Wind zum Ufer. Alles das sackt ab, wird zu Schlamm und wird zum Teil eines gigantischen Komposthaufens. Und die Pflanzen, die da wachsen, haben sich seit Jahrmillionen daran gewöhnt, unter diesen Luxusbedingungen groß zu werden. Und die tun sich sehr schwer, wenn sie weniger Dünger kriegen. Ob viel oder wenig Nährstoffe vorhanden sind, hat deutliche Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum. Das fängt schon bei relativ kleinen Pflanzen an, wie bei den Sumpfdotterblumen. Der natürliche Standort sind schlammige Uferbereiche. Wo es genug Dünger gibt, da wachsen sie gut. Ohne Dünger eher nicht. Deutlicher wird das oft noch an der Wuchshöhe. Sehen wir uns ein paar weitere Extremfälle an. Ich bin hier in der Pflanzenkläranlage von Naturagat. Hier kommt das Abwasser von ungefähr 120.000 Parkbesuchern pro Jahr an. Und diese Abwasserfracht, alles das, was aus Wasser Abwasser macht, das bauen wir hier in Pflanzen ein. Die leben davon. Das ist Dünger. Aus diesem Grunde wird der Rohrkolben hier zweieinhalb bis drei Meter hoch. Und dann gibt es natürlich auch einen netten Nebeneffekt noch. Nämlich, diese ganze Pflanzenmasse verdunstet sehr viel Wasser. Aus diesem Grunde wird die Abwassermenge immer weniger, sodass hinten am Ende einer solchen Pflanzenkläranlage kaum noch irgendwas ankommt. Und das ist eigentlich der Witz dabei. Die Pflanzenkläranlagen sind eine der umweltfreundlichsten Methoden. Aus Abwasser Wasser zu machen. Die Pflanzen helfen dabei. Und sie helfen dadurch, dass sie riesig werden. Die Eiweißreste aus der Sahnetorte wurden zunächst von Bakterien abgebaut. Das, was davon übrig geblieben ist, hat der Rohrkolben für sein eigenes Wachstum benutzt. Das Ergebnis ist einigermaßen sauberes Wasser. In der Kläranlage sind die Röhrichte daher entscheidend wichtig. Die Wasserreinigung durch Pflanzen ist faszinierend und hocheffektiv. Oft wird diese Technik auch Teichbesitzern empfohlen, damit aus einer Algensuppe kristallklares Wasser entstehen soll. Geht das überhaupt? Also so einfach ist es dann nun auch wieder nicht. Diese großen Röhrichte können zwar aus sehr dreckigem Wasser einigermaßen sauberes Wasser machen, aber dieses einigermaßen saubere Wasser ist dann immer noch so dreckig, dass es für einen normalen Gartenteich ungeeignet ist. Der würde sofort quietschgrün. Und wenn man dann eine solche Rohrkolbenpflanze, die in der Kläranlage 2 bis 3 Meter hoch wird, wenn man die dann in einen solchen idealen nährstoffarmen Teich reinsetzt, dann sieht die so aus. Dann ist die Knie hoch. Die kann nicht mehr, weil sie keinen Dünger hat. Alle wollen klares Wasser in ihrem Teich und gleichzeitig sollen da auch noch die schönsten, größten Pflanzen blühen. Doch was wachsen und blühen soll, das braucht Dünger. Aber Dünger im Teich lässt dann allzu oft erst einmal die Algen wachsen. Was kann passieren in einem Teich? Da haben Sie beispielsweise eine Pflanze mit einem sehr großen Topf Erde dran. Und wenn Sie die in den Teich reinsetzen, bringen Sie oft eine Düngerbombe mit in den Teich, weil das mag ausgewaschen werden und dann kann es sein, dass Sie damit die Algen füttern. Und wenn Sie das mit 50 Pflanzen machen, dann kommen da schon Mengen zusammen, die völlig ausreichen, um den Teich in den nächsten Jahren grün zu machen. Intensives Wachstum wie bei dieser Schwertlinie geht aber nur mit sehr viel Dünger. In nährstoffarmen Teichen kümmern sie und blühen schlecht oder gar nicht. Oder dieser Froschlöffel. In nährstoffreichen Gräben werden die Pflanzen über einen Meter hoch. Die Blätter sind dort groß, gesund und grün. Bei Düngermangel bleiben sie sehr viel kleiner und die ältesten Blätter werden sehr schnell braun. Wenn ein Teich zu nährstoffarm ist, werden die Ufer im Laufe der Zeit vermoosen. Typische Uferpflanzen ziehen sich dann zurück. Wer also seine Pflanzen nur unter optischen Aspekten aussucht und ohne Plan irgendwo hinpflanzt, der wird früher oder später unzufrieden sein. Entweder wachsen die Pflanzen nicht richtig oder der Teich erstickt im Extremfall unter einem Algenteppich. Mit viel Dünger versorgt man sich also das Teichwasser. Es wird grün. Mit wenig Dünger bleibt das Wasser zwar klar, aber dafür wachsen die Pflanzen am Ufer nicht vernünftig. Wie kann man das regeln? Aus meiner Sicht bleibt nur eine Trennung der Nährstoffsysteme. Die meisten bauen das so. Dann kommt die Folie raus aus dem Teich, geht über den Uferwall und wird auf der Landseite eingegraben. Halte ich für falsch. Sie können das auch so machen. Spendieren ein bisschen mehr Folie, dann kommt die Folie raus aus dem Teich, geht über den Uferwall, geht runter und kommt nochmal hoch. Dadurch entsteht ein Graben außerhalb des eigentlichen Teiches. Da können Sie Mutterboden reintun, da können Sie düngen. Das wird über die Ufermatte genauso mit Wasser versorgt. Und da wachsen dann genau die Uferpflanzen, die diese hohen Nährstoffansprüche haben. Der Ufergraben kann relativ schmal sein. Oder aber auch eine größere Ausbuchtung mit etwas tieferem Wasser. Teich und Graben sind über die Ufermatte verbunden. Die sorgt dann auch für die Wasserversorgung des Ufergrabens. Insgesamt besteht ein guter Teich daher aus drei Bereichen. Der Teich selbst mit möglichst klarem Wasser und einem Ufergraben, wo es intensiver blüht. Wo sich mehr Blattmasse entwickeln kann oder wo die Pflanzen höher werden. Klares Wasser wie in diesem NaturaGard-Aquarium gibt es nur auf einem sehr niedrigen Nährstoffniveau. Bei mehr Dünger im Wasser wachsen sofort die Algen und behindern die Sicht. Damit das nicht passiert, wird das Wasser in dem NaturaGard-Filtergraben gereinigt. Der ist aber völlig anders konstruiert und ganz anders bepflanzt als die Kläranlage für das Abwasser. Entscheidend für den Wirkungsgrad des Filtergrabens sind die Unterwasserpflanzen. Sie können die im Wasser gelösten Nährstoffe aufnehmen. Die Algen können dann nicht mehr wachsen. Die aus dem Wasser ragenden Sumpfpflanzen bauen in erster Linie das mitgeführte Sediment ab. Wie gut das funktioniert, sieht man deutlich an diesem Hechtkraut. Schon zwei Meter nach dem Einlauf in den Filtergraben bleibt es deutlich kleiner. Ein Filtergraben ist also eine Wasseraufbereitungsanlage für den Teich. Da sammeln sich all die Nährstoffe an, die man im Teich nicht haben will. Dann sind sie natürlich im Filtergraben. Und die Pflanzen da wachsen natürlich auch besser, so wie dieser Blutweiderich, der hier in einem nährstoffreicheren Filtergrabenbereich diese Höhe von etwa zwei Metern erreicht. Der Blutweiderich ist ein ganz gutes Beispiel, denn im Gegensatz zu vielen anderen Teichpflanzen verträgt er die unterschiedlichsten Nährstoffsituationen, wird dann aber auch sehr unterschiedlich hoch. Im Ufer eines nährstoffarmen Teiches wächst nur relativ kleines grünes Zeug. Und wenn man sich den Blutweiderich anguckt, hat er hier diese Größe. Auf der anderen Seite ist der Filtergraben. Da ist es nährstoffreicher, da wird der Blutweiderich dann so hoch. Also so im Bereich des Teiches, so im Bereich des Filtergrabens. Aber es geht noch extremer. Auch das ist noch Blutweiderich. Eine Mini-Blüte auf ganz kurzem Stängel. Die Unterschiede in der Düngerversorgung sieht man überall im Natura-Gardpark. Man kann es auch ganz gut am Beispiel des Schilfes erklären. Hier ist das so etwa zwei Meter hoch auf der Seite des Teiches. Da ist ein Röhrichtbestand, der Röhrichtbestand sein soll. Und wo wir hohes Schilf haben wollen, da ist es vier Meter hoch. Da hat es mehr Nährstoffe. Hier im Teich hat es deutlich weniger Nährstoffe. Da haben wir die mindestens doppelte Biomasse. Auch kleine Pflanzen zeigen, wie der Nährstoffabbau und die Reinigung des Wassers funktionieren. Froschbisspflanzen im Einlaufbereich eines Filtergrabens. Sie wachsen kräftig grün und sehr dicht. Doch im Graben nimmt mit jedem Meter Fließstrecke die Düngermenge ab. Der Froschbiss wächst am Ende des Grabens daher langsamer, das Grün wirkt nicht so frisch und der Bestand hat viel mehr Lücken. Eine Bepflanzung ist nur dann langfristig stabil und pflegeleicht, wenn die Pflanzen an der richtigen Stelle stehen und genau die Nährstoffmenge bekommen, die sie gerne hätten. Schon bei der Planung des Teiches werden also die Weichen gestellt. Das Ziel ist klares Wasser und eine passende, schöne Bepflanzung. Und das alles mit minimalem Aufwand für die Pflege.